Nein. Wie oft kann man Vitalität skillen? Unendlich. Vitalität? Ich meine Intelligenz, meine ich. Unendlich. Die Basis-Dinger kann man sich unendlich skillen. Aha. Aber bei bestimmten Dingen kann man nur 25. Nur 25. Also Intelligenz und Vitalität sind die einzigen, die man unendlich mal. Ja. Lord. Ey, wo bin ich jetzt gelandet? Aber bei bestimmten Dingen kann man nur 25. Also Intelligenz und Vitalität sind die einzigen, die man unendlich mal. Ja. Lord. Ey, wo bin ich jetzt gelandet? Genau. Und? Ich muss erst mal Gegner finden. Oh, da sind ja welche. Komm schon. Ne? Ja? Ich hab keine. Sag doch was. Ich hab dich eingeladen. Blitz, ich hab dich angefragt. Du bist bei uns in der Gruppe. Ne, ich bin rausgeflogen. Ne, du bist aber bei uns. Jetzt schon. Jetzt schon. Mark hat mich ja wieder. Ich hab ihn eingeladen. Ne? Ja, ich bin rausgeflogen, weil ich so inaktiv war lange Zeit. Ah, so einer bist du. Ja, so einer AFK-Spieler, der nur auf Loot geirrt. Ah, also wie ich. In etwa. Hey, ich hab mich zu Mark porten lassen. Stehe ich am Anfang. Da ist die Zwatschke. Ja, ja, wir sind jetzt am Anfang. Hey, ich weiß, ich weiß, wo wir sind. Oh, du bist hier hohen Schwierigkeiten gerade eingestellt. Wie bitte? Ist der Dungeon schon frei? Welcher Dungeon? Also, wir wollten nachher... Ha, ich mache Schade. ... alles Dungeon machen. Ne, du wolltest... Ja, wir wollten jetzt mal eben den Würfel holen. Genau, genau. Und wo... Nein, die Würfel. Wir sind ja gerade unterwegs, Banane. Danke für diesen Namen. Wie hast du ihn genannt? Banane. Okay, Banane, komm her. Okay, ich bin da. Meine Freundin nenne ich doch Zwetschke. Ähm. Recht bei dir. Also, ich glaube, René, du nennst ihn. Seid ihr doch eher hässlich im Zwerg. Oder Kurver. Der letzte Spitzname, an den ich mich sehr gut erinnern kann, war Fickschnitzen. Lies, 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 lies. Also, hier macht ihr aber auch schon Schaden, ne? Ja, hier machen wir Schaden. Ähm. Ö. Das ist nichts Neues. Oder wasser? Ah, ich weiß nicht, was ihr hier drauf wisst. Wop. Ähm. Ich kann euch die ganze Alphabetie antworten. Bleh. Bleh, 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 weg da. Ich mache den Weg zu Schaden. Warum mache ich eigentlich denen keinen Schaden? Schleiß Gierst. Ne, kommt doch auf Skills drauf an. Ach so. Was für ein Set du anhast. Du kannst ja nicht einfach sagen, von wegen, ich habe jetzt das Set an, ich mache jetzt Damage. Das ist der Blödsinn. Okay. Also ich, mein Set ist komplett auf Pets ausgelegt. Ja, meins zum Beispiel, wenn ich meine Feuerdingsrums auf den Boden lege, mache ich mit meinen Bären 900% mehr Schaden. Was? Ja, und das ist dann doch schon böse. Na, wo ist denn jetzt der Eingang? Ich bin auf meine Wächte ausgelegt. Ich habe jetzt zum Beispiel das Set, das du farmst, Kirito. Habe ich alle sechs Teile. Das heißt, ich mache mit dem normalen Angriff, mache ich 800% mehr Schaden. Ähm, kann das jemand vielleicht brauchen? Äh, nee, ist Zauberer, das kann keiner brauchen. Nein, muss ich... Nein, wo geht's denn hier jetzt weiter? Da. Ähm. Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo. Wartet ihr euch nach mir? Äh, Sekunde, ich... Ja, Moment, sofort. Wer ist Nia? Ähm, Mr. Mayhem. 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 Okay. Mach ich. Bin ich. Moment bitte. Äh, meh, 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 meh. Ja, ja, wir laufen schon mal weiter. Wolltest du mich schon zu mir selbst porten. Geile Sau ey. Klick auf mein eigenes... Ego, ne? Äh. Banner! Banner-Saga, was? Was geht denn los? Achso, ihr habt da einen Banner hingelegt. Kannst sagen. Warrr. Banner, ich bin... Banner, ich bin... Banner, ich bin... bist der versucht was zu sagen ja und ich habe auch noch eingestellt dass er sehr viele quellen hat also 128 weiße spackt er trotzdem um ja ist bei mir genauso wieso bin ich jetzt bei denen hab ich gerade 18.000 gold aufgehoben nach 35 das größte problem ist ja nein nein sie sind nicht in der season kann man handeln jetzt würde ich euch jeden 500 million geben weil ich das geld nie ausgeben könnte hier jetzt kannst du ja diese weiße gegenstände sammeln so bitte nach mir hin wo bist du guckst du punkt bei mir ging es dir noch weil wir auch eine höhere qualstufe deswegen haben wir runter gestellt und jetzt wenn du nichts wieder zurück port ist so ja was ist du denn er müsste nicht sagen wenn der tess abkackt was soll die scheiße rr connected disconnected connected disconnected connected b Connected. Error. Connected. Buh. Connected. Channel switched. Hm hm hm. Schön wenn alles abkackt. Und nichts funktioniert wenn es funktionieren soll. Aber heyy. Jupp 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 jupp. User joined your channel. Hörst du mich selber? Was ist da los? Weißt du nicht. Bei mir war immer ein Disconnect und dann war es weg. Kommst du nicht mehr drauf? Ich komm nicht mehr drauf. Hä? Wir sind noch drauf. Wir haben kein Problem. Um es verreckt. Ich bin einfach mal raus. Ich kann auf jeden anderen Tests, den ich in der Liste habe, aber den... Ähm, schließ die Tests einmal und start mal wieder neu. Okay, versuch's. Disconnected. Error. Ne, ging nicht, kam nicht drauf. Komisch. War es halt einfach so? Geht das ganze Ding an ihm, also ich komm auf den überhaupt nicht drauf, ne? Ich bin mal eben ganz kurz auf, klar. Ja. See you soon. Welcome back. Mikrofon muted activated. Ich bin mal Jahrg угabe. Okay. Okay. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Error. 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 Was ist das für eine Kacke? Kein Schimmer was es ist. Ich komm auf einmal. Ich hab mal einen eigenen TS. Wo ist er? Hm? Ich hab ihn gepostet. Ich hab ihn gepostet. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn gepostet. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn.